Und hier ist er auch schon. Ein Schrägaufzug, also ein Diagonalaufzug. Das ist was Besonderes. So Kettenaufzüge, so Kettenschrägaufzüge sind selten geworden. Kone 88, 8 Personen. Und natürlich ein Prüfsiegel und nicht raus, das ist klar. Ja. Dann hier ein bisschen Schrift, hier kann man es gut erkennen. Schön, langsam und gemütlich. Und da sind wir. Und da sind wir.